Hallo Mädels, der Tag der Entscheidung ist endlich gekommen. Wir haben in den letzten Monaten viel erlebt. Wir waren in New York, London, Milan, Paris, Rom, L.A., Stockholm. Wir haben in der Leitungsmasse, das schmeckt. Miami, Sydney, Madrid, Berlin und Großregen. Frau Salfar, das kann doch nicht gesund sein. Sie sitzt den ganzen Tag vorm Computer. Was können wir denn da machen? Caro, du bist doch früher aber so oft rausgegangen. Sie trifft keine Freunde mehr. Sie schreibt hier lieber am Chat. Können Sie mir da bitte helfen? Oh Mann, Mutti. Also inzwischen ist es ganz normal, dass die Kinder mal am Rechner sitzen und ihre Computerspiele spielen. Das ist ganz normal. Die Eltern machen sich da meist viel zu viele Gedanken. Die Mutter ist hier eigentlich das Problem und nicht das Kind. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Die Entscheidung fiel uns wirklich schwer. Die eine war genau so gut, als wie die andere. Aber nur eine einzigste kann gewinnen. Bei der Folge Frau, der sucht Frau, sehen wir heute den attraktiven Kuhbauer Klaus aus dem idyllischen Ort Langburg-Herzdom. Also ich suche nach jemanden, bei dem ich geborgen bin, mit dem ich viel Spaß habe und der auch richtig zupacken kann. Schon seit einigen Jahren lebt er sehr einsam und ohne Kontakt zu Frauen, auf seinem wunderschönen Anwesen mit traumhafter Aussicht auf einen See. Heute wird er zum ersten Mal auf eine rothaarige Schönheit treffen. Seien wir gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das sah doch schon sehr gut aus und fast wie die Liebe auf den ersten Blick. Gemeinsam hatten sie viel Spaß beim Schubkarre fahren und einander kennenlernen. Wünschen wir ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Nein! Nein! Die Erinnerin der Werbekampagne für Schlecker und somit auch Germany's Next Topmodel ist... Die Erinnerin der Leitungswasser, das schmeckt! Oh, ist der süß! Leitungswasser sollten wir auch mal trinken. Ja, das ist was brauchen wir hier noch zu machen. Ja! Die Erinnerin der Werbekampagne für Schlecker und der Leitungswasser. Die Erinnerin der Werbekampagne für Schlecker und der Leitungswasser, das ist ein Herz. Die Erinnerin der Werbekampagne für Schlecker und der Leitungswasser. Die Erinnerin der Werbekampagne für Schlecker und der Leitungswasser. Und der Leitung Tranquil für Schlecker und der Leitungswasser ist ein Herz. Die Erinnerin der Werbekampagne für Schlecker und der Leitungswasser Zenku etern. Ein shouteder Werbekampagne für Schlecker und der Leitungswasser. Die Erinnerin der Werbekampagne für Schlecker und der Leitungswasser in der Leitungsphase großen Steypersonen. Vielen Dank.